Ja, Laubbläser. Oh, Laubbläser. Laubbläser auf Italienisch soffiatori di foliame, auf Französisch sofflöserfeu und auf retoromanisch hat er sicher auch einen Namen. Ja, ich mag Laubbläser nicht, also vielleicht merkt man es mir auch an. Also ich finde Laubbläser, das sind so die Geländewagen unter den Gartengeräten, weil das Grundproblem wird ja nicht behoben, sondern leider nur verschoben. Der Slogan für Laubbläser müsste lauten, Laubbläser und das Blatt hat sich gewendet. Ja, weil denn mehr kann er nicht. Und ganz ehrlich, Laub, das geht doch von alleine weg. Man muss nur warten. Moment kurz, ganz kurz, gab es hier eine Frage? Nein, wir haben das nur die Grüße. Ihr habt euch wirklich geküsst? Die gehen ins Theater, um zu fummeln. Das ist das erste Mal bei mir. Das ist so schön. Sie haben keine gemeinsamen... Moment, ist das gar nicht deine Frau? Nur, dass du weißt, das ist das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, ob du spontan reagieren kannst, küsse einfach irgendjemanden. Es gibt super Situationen raus. Wo bin ich stehengelegen? Ah, Laub. Genau. Ah, ja, Laub. Also ich finde, ich verstehe auch Laubbläser nicht, warum die überhaupt existieren, weil Laub, das geht von alleine weg. Man muss nur warten. Das ist wie ungespültes Geschirr, wenn man eine Freundin hat. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Wenn man eine Freundin hat, die man nicht behalten möchte. Ja, danke sehr, danke sehr.